der dg sing stick stink komischer name ich hab ein panzer ich hab gleich einen panzer eine null jetzt habe ich einen panzer ich sitze in einem panzer keiner weiß wieso holladi holladi hollado sitze mit drin wo wissen du dann kann ich abholen gehen bei e ok komm ich hin jetzt bin ich aber tot panzer können aber nicht zufällig schwimmen oder jetzt bist du dann kannst ja bei mir in den panzer kommen ich fahr jetzt mal am wasser entlang vielleicht kommen da noch so ein paar lustige leute bist du mein panzer jetzt ne naja jetzt bist du da fahrersport bonus sportsport bei dir sieht er jetzt da drüben bei c aus ach da drüben sind sie oh gott wie wenig weit fliegt denn das scheißteil warte mal ein bisschen hört sie halt den hast du getroffen sehr schön sehr schön guck mal da unten da fährt haben wir ein fahrzeug rüber ich weiß ich weiß ich weiß ich scheiße aber ich treffe es nicht die dinger fliegen zu unweit jetzt habe ich es erwischt nein das macht uns kalt wenn ich so weitermache alter dieses ding ist krank wir sind ein panzer alter wir sind ein panzer schießt doch warum schießt mein ding nicht mein teil hat gerade ohne spaß die ganze zeit nicht geschossen ich habe die ganze zeit links klick gemacht und es hat einfach jetzt haben sie den panzer zerlegt ihr kleinen misstratten aber es liegt nicht an fps ich spiele schnittig mit 60 fps durchgehen verreckt elendig ich schieße auf euch mit meiner zweitwaffe aus dem wasser kommt kommt mal ran jungs alter die typen sind krass man die haben aus dem wasser einen von uns mit einer fetten mg gekillt also unsere hatte die fette mg die hatten nur ihre zweitwaffe weil sie am wasser waren da ist doch einer scheiße den habe ich nicht erwischt alter mit einer m249 mit diesem fetten maschinengewehr kann man wände durchschießen die ist gerade kaputt gegangen die wand ja ok was geht eigentlich gerade ich weiß nicht habe ich irgendwas im hintergrund laufen aber eigentlich nicht ich habe eigentlich nichts offen warum spackt der dann so rum ich verstehe es ehrlich nicht naja ich werde jetzt die runde mal so spielen es ist auch mal besser mal schlechter ich weiß nicht woran es liegt wow ich gehe mal raus aus dem heli oh scheiße ich bin außerhalb des kampfgebiets schon wieder so ein scheiß komm 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 flieg ja sehr schön ein panzer alter ich fliege mit dem fallschirm runter und ein fahrzeug erfasst mich einfach sobald ich den boden berührt habe ich komme mal in deinen schicken truck da rein ich habe leider nur das seitengewehr tut und zwar das falsche ja den hat er erwischt alter wir sind sechster und achter das geht voll hoffentlich wären wir noch erster und zweiter das wäre so ein richtig geiler anfang ja wäre angenehm würde ich sagen die man in den heli oder ah der heli ist voll geil ich hole mir so einen MRAP da so einen fetten Wagen da bin ich dabei Wagen da ja ist der dabei warum kann man da eigentlich nicht durchfahren? weil die sind extra dafür gedacht dass man da nicht durchfahren kann da ist ein feindlicher Scharfschütte da hat sich deine aktuellen Idioten ich denke also so aus der Außenkammer sieht das alles bisschen unelegant aus ach quatsch es kommt dir nur so vor ah nein eine dreiste Büge ist das raus 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 panzer 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 dagegen haben wir keine Chance wir machen ihm nur nicht mal schaden panzer faust von hinter den äh was dann? dingern scheiße ist die tot? ist die panzer faust tot? weiß ich nicht unter der Brücke warte du bekommst ja nicht durch das Netzwerk funktioniert wieder alle Systeme normal vorrücken aaaaaaah krammen warte nenn mal nieder ich hole mal meine Panzerfaust raus nein fast hat er mich erwischt nein 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 ich geh mal hinter dem Fahrzeug in Deckung alter erwischt 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 nein dann kommt noch eins dann kommt noch eins scheiße das ist ein Panzer lauf 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 zwei Panzer und drei Fußsoldaten was geht ab? richtig Party boah ich hab nur noch ein Kill mehr als das ich bin hier in so einem MRAP MRAP ach so ja da bin ich jetzt auch ich bin jetzt dein Schütze ach du scheiße dem mach ich keinen Schaden so ich geh mal raus und probier mit der Panzerfaust zu erledigen wow alter verdammt ich muss erst mal Deckung gehen ich hab nur noch 15 Gesundheit vor 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 nein alter ich lieg grad unter dem Panzer Achtung jemand wollte seinen Platz HZ getagged oh nö jetzt bin ich wieder auf scheiß Konsole gekommen nein ich will nicht auf die blöde Konsole danke wo ist der Basi alter nein sonst werden immer nicht so ab fuck bumm kaste das ne hinter der Brücke war grad einer und ich bin einfach fatal vorbeigesprungen ich wollte den eigentlich killen so geil im Flug und dann einfach voll gefangen so wir sehen uns auf der anderen Seite ich geh mal flott zu c und guck mal ob ich da irgendwas weiß ich kann Achtung wir sind ja unser ganzes Team das ist ja so dermaßen schlecht wir haben das gleich verloren 3 2 ich hab noch eins zerlegt scheiße null damit haben wir verloren USA gegen USA was sowas gibts auch gehacktes Server ja ich glaub aber ich hab doch gesagt irgendwas ist in dem Server falsch ja ne so ne richtig lange Runde ne wenns so intensiv ist dann reicht die Zeit gar nicht ja um alles aufzuzählen wo du überall Punkte bekommen hast wie viele Ordenswende hast du ja ja ich hab 9 Alda Ring 5 hm ich hab 8 bekommen Alter als nächstes schalte ich die MK 153 SMAW frei als Pionier und die AK die hab ich schon mit der hab ich grade gespielt die geht ab als Karabiner echt? viertel vor zwölf viertel vor neun viertel vor neun viertel vor 20 vor 20 vor neun ja 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 spielen wir noch ein bisschen mit ja locker bis 9 geht oder so weiß ich nicht naja wir haben auch noch was morgen vor ne ja man einfach auswendig lernen aber ich mach auch noch so ein bisschen Zettel wo alles drauf steht ja heli ist weg heli ist weg ich geh in den Panzer ich auch bitte bitte ja ich bin der Panzer was macht der heli denn da was geht denn bei dem schief die gibt's gar nicht junge 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 irgendwie sagt nichts gegen diese Leute die kein heli fliegen konnten so war ich früher auch als ich erst ein paar mal gespielt hab bei der heli einfach nur so dann grade ausgeflogen bis ich nicht mehr ging rausgesprungen und den nächsten genommen wir fahren einfach mal gleich in Richtung Gegner beziehungsweise in Richtung C weil C ist immer so krass was Camper angeht wenn da einmal wer drin sitzt die kriegst du nicht mehr weg bis das Ding einstürzt ja ach ja stimmt ja das ist C so Alter Alter so lass mich passieren da ist steht ein Panzer wir rücken einfach noch ein Stückchen weiter vor solange uns hier keiner behindert ja der Brücke ich seh den gar nicht boah ich weiß auch nicht woher ich weiß aber ich seh den nicht weil ich ja die ballern noch mit Panzerfäusten auf uns wow ja raus der nächste Treffer er lässt uns ausprobieren haa leg mal noch schnell ich muss es nehm ich mal mit pfff alter was 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 geht denn hä da ein Panzer links ein Panzer aber was geht denn bei denen schief das happens ne geil ach fuck hier gibt es gerade den Heli wenn du gerade neu spawnen kannst geh mal in den Heli mit rein denn ich fürchte ah ja cool da hängen die schon also wenn er nicht ah da fliegt einer hoch oh nein da fliegt doch einer runter Heli man Dreh alter ist der du was tut er was tut er das war ziemlich ungünstig alter und hinter uns natürlich gleich irgendwelche scheiß Feinde wow mich hat der Heli gekillt also unser eigener Heli er hat seine Explosion ich auch er hat mich gerade reanimiert okay es kann weiter gehen öh nein alter schon wieder dieser Panzer man das ist ja unglaublich Timo du lachst diesen Panzer müssen wir unbedingt beseitigen ah warte ja ok dann komm ich zu dir weil C wurde gerade von uns erobert boah da sollten wir dann sobald wir wieder spawnen können sollten wir da reingehen weil wenn wir das nicht halten können sind wir im Arsch boah alter diese Sniper diese kleinen Dichser wow von wo kommen die ach ah das ist der Panzer schon wieder ich hasse diesen Panzer nein es war einfach so alter der stand direkt über mir auf dem Dach wie soll ich den denn bitte sehen was soll das denn schon wieder oh Gott ey beide null Kills ich zweimal gestorben du dreimal gestorben yeah komm wir gehen mal zu nach C warte warte da hole ich aber meine meine Flugabwehrraketen raus alter dann geht es richtig aufs Maul von wo hast du gerade aufs Maul bekommen das ist ja nicht gleich was der kriegt aufs Maul jeder der jetzt hier gleich den Fahrstuhl getritt der kriegt richtig auf die Fresse da liegen einfach Mimen vor mir drin so stürmen wir die gegnerische Seite mal Ich bin ja stark dafür Weil mein Ding nicht empfiehlt Auf jeden Fall nicht für die Ja man, ja man, ja man Äh, was haben die mit der Granate gemacht, dass die bitte nicht hochgegangen ist Was haben die mit meiner Granate gemacht, dass die nicht hochgegangen ist Die lag direkt in denen Was zum Teufel Oh, jetzt wird's spaßig bei C Jetzt, warte mal, warte mal, wenn du gerade irgendwie die Chance hast, mir zuzugucken Jetzt gibt's aufs Naul, dann leg mich ein Heli zu Ah, fast Ich, ja Echt? Oh! Ich weiß nicht, irgendwas ist gerade hier extrem in die Luft gegangen Da ist der Heli Schießen, nein, halten, scheiße Wow Dieses Drecksding, ne? Puh 0,5, Alter, geil So, komm Nein Oh, diese Sniper direkt, Alter Und dann eine Viper von hinten, wie ich gerade Minen legen will Scheiße, Alter Wir brauchen Flugabwehrgedöns, aber ich bin der Einzige, der sowas hat irgendwie Da, 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 da sind noch Leute von uns schnell zu den Leuten auf C-Spawn Aber irgendwie nehmen die gerade ein Okay, ich bin hinter dir Warte, warte, der, der Helikopter Gib mir Deckung, gib mir Deckung von der Seite gegen die Leute Dann baller ich jetzt diesen scheiß Helikopter runter endlich Der ist schon sowas von überfällig, der Junge Wo ist der jetzt hin? Wow Waren die da direkt bei dir? Ja, Mann Zum Glück Danke Hast du gut Ich sehe den Heli, ich sehe den Heli, ich sehe den Heli, ich sehe den Heli Ich sehe den Heli nicht mehr Jetzt sehe ich ihn Visieren Halten Scheiße, verloren, verloren, verloren Warte, 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 warte Da, da, da ist er, da ist er Ziel Ja, die fliegt immer noch hinterher Die fliegt immer noch hinterher Nein Scheiße Er hat es tatsächlich noch überlebt, der kleine Wasser Ja, der hat seine X-Flares eingesetzt und ist dann ins Gebäude geflogen Sodass ich den nicht mehr anvisieren konnte Warte mal, dass die hier auch ja nicht durch die Aufzüge kommen, schmeiße ich da einfach nochmal jeweils eine Mine rein Da haben die schön mit Spaß, die Leute Der dacht sich das auch so Läuft gerade voll bei mir, Alter Nein Oh, Achtung, hier ist ein Aufklärer, der ist gerade rechts an der Seite rein Bei uns, der kommt jetzt gleich von rechts, pass auf Leider, leider bin ich eh schon tot Der ist nicht tot, der steht da immer noch Oder bist du schon tot? Achso Ich warte, bis wir, bis wieder ein Squad von mir Sind wir die einzigen im Squad? Ich bin bei B gerade Ja, ich weiß nicht, ich sehe dich Ich bin gerade noch in der Auswahl Ich hoffe darauf, dass wir entweder C zurückerobern oder dass gleich ein Heli frei wird